So, heute ist der Ostern und der Loki, der kriegt auch was geschenkt, ja. Und ich bastel das einfach ganz schnell und einfach in Kleinigkeit und das können die ganz einfach nachmachen. Und ist auch gut geeignet, wenn der Hund zum Beispiel alleine bleiben soll oder auch so zum Spielen, dass er beschäftigt ist. Ich nehme das für diese Box. Ihr könnt auch so Schuhkartons nehmen. Und ich mache hier den Plastik raus, weil der Plastik, das ist nicht so gut. So, einhändig Plastik raus. Und dann nehme ich Papier, ganz viel Papier. So, ich nehme ein bisschen Papier hier rein. So, und dann nehme ich ein bisschen hiervon. Zack, da rein. Ein bisschen was anderes. So, kommt da wieder Papier rein. Du gehst alles im Blick. Dann die hier mal gerade ganz gerne. Das sind so Buffalo Sticks, heißt es sind immer einfach so getrocknete Häute. Das kommt da auch rein. Teilen, ein bisschen Papier dazu. So, jetzt machen wir das hier wieder zu. Okay. Komm mal. Warte. Du musst auspacken. Wir müssen halt aufpassen, dass er es nicht frisst. Ähm, diese Box, die hat jetzt keine so Klammern drin, ist ein bisschen nur geklebt. Aber fressen wäre trotzdem blöd. Die Meiner versucht es eher auszuspucken wieder. Da hat er schon was gefunden. Genau. Jetzt. Okay. 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 Das ist keine schöne Standardverbote, ne Luki. Guck mal, der hat er. Ist da noch drin, ey. Was ist da noch drin? Nein, 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 hier wird ihn stich nicht. Guck mal in die Box. Loki, guck mal in die Box. Guck da. Da in die Box. Ja, da. Guck da rein. Da ist was drin. Schmeckt es nett. Ja, Loki. Schmeckt es. Schmeckt es. Schmeckt es. Schmeckt es. Schmeckt es. Ja, da ist es. Okay. 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 Okay.